So, sorry, dass ich so lange warten musste auf den 20 Grad, aber jetzt habe ich wieder Lust auf dieses normale Let's Play. Ist gerade am Nachtgernis, indem ich jetzt nicht schlafen muss. Was? Ja. Ja. So, ich höre sie gerade nicht gleich mal recht machen. Weitermachen. Das Haus habe ich erst mal mit dem Reiter der Aline. Ich habe so viel Material hier. Sonst haben wir auch noch viel. Oh, ich brauche ja gerade nicht. So ein Eisenerz, aber brauche ich jetzt gerade nicht. Oh, wie gestern. Ich kann doch nicht weitermachen. Das ist halt so ein Difficulty jetzt auf Normal. Ich habe hier so einen Raum aus. Das ist nämlich ein Schachtraum. Das kann ich auch auf Normal spielen. In den Raum mache ich hier fünf Blöcke hoch. Ich habe hier noch eine Schaufel. Ich habe hier noch eine Schaufel. Ich habe hier noch eine Schaufel. ein Axt. Ich bekomme im Hackel. Also irgendwie. Ich werde auch mal eine neue holen. Eines ist Hackel, ja, ich habe hier auch noch eine. Die ist weg, wenn ich die abbauen kann. Und jetzt haben wir nur Lava und Erde und die Fackel wieder und weitergraben. Brauchen wir, dass die Diamanten in der Nähe sind, wenn ich hier schon mal Lava höre? Da habe ich manchmal die Lecks. Und wieder bei Stormarbeit. Und erst mal Fokus auf Diamanten legen, wenn ich hier was finde. Weil mit Diamanten da kann ich ja mehr anfangen. Für Wasser. Wasser tropfen. Ich sehe schon irgendwie nicht an die Nacht. Nix. Ich dachte, da werden Wasser tropfen, aber war nicht. Ich glaube, ich könnte auch immer mal eine Monster-Falle bauen. Ich war jetzt dann weiter in Gang angetragen, aber das scheint erst nix zu sein. Da ich es hier war. Mal kurz wie lange ich ihn aufnehme. Nehmen wir jetzt schon seit 4 Minuten auf. So wie viel. Dann können wir weitergehen. Oh, ist das drin. Eine Höhle? Ne. Ach. Einer Gang hier. Da war schon ein Erbsvorkommen. Spitzhacke kaputt, hab noch welche. Was geht da denn runter? Ich kann Koppels dafür verwenden, um irgendwas zuzumachen. Eigen. Oh, ganz gut. Hier wird ein eigen. Und dann habe ich auch zwei Äpfel. Das schon wieder. Dann wieder vom eigenen Gang her. Ich habe früher schon ein zweites Display, obwohl es ja auch mit maximalen Erb-Einstellungen und dann können wir uns gerne dahin suchen. Eines soll ich einmal in den Kommentar halten, ich soll mir ein neues Mikro oder Headset kaufen, aber ich weiß nicht was wir machen sollen und wie das funktioniert, dass ich mir das Mikro von ständig halten muss. Oh, das hat gerade nicht durchgepackt. Ich habe den Lava gesehen. Aber ich soll keine Zombies in der Soilette. Und jetzt diese Version, ich habe ja jetzt hier auf 1.8 geupdatet, die Schubieren wird dann vorkommen. Ich glaube, dass ich mal Diamanten finde. Oh, Zombies! Habe ich ein Schwert? Na, habe ich nicht. Also müssen wir noch nicht essen, dann ist weiter. Dann müssen wir essen Zombies. So kommt man schnell durch den Feiergang rüber. So kommt man schnell durch den Feiergang rüber. So ist er denn? Oh, da ist er ja. Ich dachte schon, da wäre eine Höhle. Aber ich habe meinen Gang gespawnt anscheinend. Nicht hell genug. Ich dachte schon, da wäre irgendwie eine benachbarte Höhle. Aber es war in meinem eigenen Gang. Ich habe da ein Zombie gespawnt. Ich habe da ein Zombie gespawnt. Das habe ich anscheinend nicht hell genug gemacht. Lichtlevel von 7 oder geringer möglich dort mag. Jetzt erst mal wieder hoch. Und dann geht auch wieder schnell weg. So, die Pum. Das wird ihm vielleicht mal ein paar Brote fassen. Die sind ja noch hell, aber es wird gleich wieder dunkel werden. Die Sonne da. Da sind sie da. Da wollte ich auch noch was bauen. Aber das Kompliment erscheint man nicht zu. Die ist immer noch nicht gewachsen. Da ist ein Schaf. Ich könnte dann ein langweiliges Gehege für ein Schaf bauen. Aber... Deshalb kann ich mir jetzt einige Brote herquafen. So machen wir jetzt mal ein paar Brote. Und pflanzen wir die Setzlinge erstmal noch hin. Ich weiß, dass ich die Setzlinge erstmal sehr viel. Und jetzt mal einen kleinen Wald... einen kleinen Nutzpfalz herbauen. Die ganzen Setzlinge erstmal alle in den Augen. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ein weiterer rumbauen. Und noch zwei vierten Setzlinge. Oh, da ist der erste Baum schon gewachsen. Oh nein, das war nicht der erste Baum gewachsen. Ich muss hier einfach... ...einen Baum... Acht ist auch recht kaputt. Das Haus, das ich hier aufgestellt hab... Ich warte auch mal, dass ich diese endlich mal weggehe. Und... ...wenn ich noch ein bisschen mehr fahren kann. Ich kann hier ein bisschen essen. Ich hab jetzt... Acht Eisenerz kann ich jetzt wieder ein bisschen brennen. Auch so ein bisschen... ...zum viel Holz. Ah, das ist schon eine zweite Truhe. Da hab ich mir jede Menge Holz. Aber es ist noch ein bisschen dunkel. Aber anscheinend muss ich mich noch ein bisschen um die ...beleuchtung der Mine kümmern, weil nämlich da... ...eben ein Zombie drin gespawnt ist. Aus welchen dritten Rimmer. Anscheinend bin ich Kackling. Ich meine, es kann nicht sein Grund. Da sind ja noch Päune irgendwo drin. Da sind ja noch Päune drin. Aber... Ich kann mir ja natürlich welche Kraft nehmen. Aus Birkenholz. Es gibt ja diese Birkenholz Päune. Mal gucken, hier bauen wir ja noch... ...Sticks. Aber wie kraftet man die denn nochmal? Päune. Ja. Da brauchen wir so viele Stecker hier. Die brauchen wir ja nicht... ...und die drei Slots packen, sondern... ...nur einen. So wird ein Zaun Tor. Birkenholz Zaun Tor. Oder muss das so mit den sechs... ...birkenholzblöcken so... ...da kriege ich Holztüren. Das werde ich erstmal... ...später aufheben, weil es jetzt so dunkel wird. Da geht dann Neumond auf. Da muss ich jetzt anscheinend zum nächsten Tag aufheben. Weil ich das jetzt noch nicht direkt weiß. Da ist der erste Baum schon gewachsen. Hm. Hm. Jetzt muss ich noch aufbrauchen kann. Tag, die Kapoor-Achse. Jetzt, die Kapoor-Achse. Jetzt, die Kapoor-Achse. Hm. Soll ich da mal die Setzlinge wieder hinhauen. Da liegen auch schon wieder die Setzlinge. Vier, Fünf, Sechse. Oder sieben. Das ist doch ja enorm viel... ...Setzlinge. Ich glaube, ich werde sonst demnächst mal eine leere Umgehung in die... ...Waldronen. Und die ganzen Setzlinge hier einen Nutzfall aufbauen. Oh, da sind sie eng hier in der Lava. Das ist ja... Ich habe mich ja hier direkt mit meinem Lava-Seen niedergelacht. Habe mich direkt schon zu Beginn entschieden. Hier habe ich ja noch eine Axt. Zombies. Anscheinend irgendwo unter mir in der Höhle. Da scheint eine Höhle zu sein. Aber erst mal hier ist es... ... jetzt mal vormittags. Dann kann ich... ... einfach noch... ... gehe ich an diesem Tag... ... an diesem Tag dann nochmal... ... Baumfarm. Oder Holzfarm einfach mal hier. Dass ich vielleicht hier mal einen Nutzwald bauen würde. ... oder so. Dass ich jetzt mal hier... ... weitflächlich das alles abholse. Und dann da wieder... ... bevor ich das Holz brauchen werde, dass... ... dass ich ein... ... großes neues Haus rüberbauen. ... ... also ein großes Haus. Vielleicht hier eine Brücke mit Schienen drüber bauen. ... ... steht alles noch zur Verfügung. ... ... ... ... ... ... ... ... Ja. Ich höre Zombies. Wo sind die? Axt kaputt. Wird mit Dungeon Müll unternissen sein. Okay, jetzt sollten sie runtergraben. Ah, ich hab mein Schwert. Sollte ich hier mal hier vielleicht mit Markieren? Das hier Zombies sind. Das ist auch ne Kobbelmarkierung. Wird ich hier demnächst wie mit nem Eisenschwert. Und am besten auch mit Rüstung hingehen. Aber erstmal fahren wir noch mit dem Holz ab. Also ich möchte eigentlich grundsätzlich meine Parten fast 20 Minuten länger machen. Na, verwacht ein bisschen, aber das muss gehen. Ich glaub in der anderen Let's Playwelt werde ich auch eine Baumfarm oberirdisch anbauen. Da würde ich immer auch damit nicht nur unterirdisch, weil da hab ich ja schon eine unterirdische Farm. Da muss ich vielleicht dann noch eine oberirdische hinbauen. Okay, das ist dann gleich Mittag. Hier noch genug Zeit hier Holz. Also das ist hart noch nicht ganz voll. Ich muss da auch schon ein bisschen erst wieder reinkommen, weil ich mir hier in der Welt zwei Monate lang, oder eineinhalb Monate lang graf. auch jetzt hab ich hier ein bisschen reingefroren. Auch jetzt hab ich hier ein bisschen reingefroren. Ich kann nicht mehr so ein bisschen reingefroren. Aber ich kann nicht mehr so ein bisschen reingefroren. Ich kann nicht mehr so ein bisschen reingefroren. so viel zombies normal immer mehr 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 werden das sollte auch im dungeon hin. Die müssen rumgraben oder eh. Ich scheint eher in der Richtung zu gehen. Anders ist er noch nicht. Ich glaube, ich muss nur noch mal Faskeln machen. Oh, Enderman hab ich gehört. Es scheint schon mal relativ... eine Höhle dort unten zu gehen. Ich hab sie nur noch nicht gefunden. Slime? Was ist das Slime? Hä? Was ist das denn her? Das sind Slime-Geräusche. Nein. Nein. Aber ich bin dann dumm drin. Aber erstmal muss ich mir Fackeln machen. Weil ich plötzlich jetzt auch Slime-Geräusche höre. Weil anscheinend... Irgendwie tagsüber... Ist es zwar tagsüber... ...dass wir hier ein Eisenschwert beschaffen. Ich bin dran ist es. Da wird erst mal ein bisschen gerüstet. Hier mit einem Eisenschwert. Eisig, bis zu sagt, hab ich... Aber ich hör Slime. Dass ich ein Wissen Slime gehöre. Da ich mich hier in eine Sumpf-Jung niedergelassen habe. Anders als beim Analypt-Gleder bin ich hier in einer Savanne. Ich muss dann ein bisschen Kohle holen, damit ich hier Fackeln machen kann. Wieso? Weil hier ist mein 64er Stack wieder voll. Ich will nur wissen, wo der herkommt. Aber es ist auf jeden Fall kein kleiner Climb. Kann ich dir irgendwann auch eine Höhle zu geben? Das wusste ich gar nicht. Der gibt es auch tagsüber unter jedes Jahr eine Oberfläche. Kurz unter der Oberfläche. Das wollen anscheinend Climb auch. Das ist Chunk-unabhängig. Oh, da muss ich einen Climb von einfach... Oh, Creeper. Lass mich mal explodieren. BAM! Kannst du mal ein Wasser explodieren lassen. Dann ist das schon mal weg. Kommen sie. Mh. Mh. Wie würden die Slimes da kommen? Es wird lauter. Könnt hier unten drunter irgendwo schon sein. Da ist ein Slime. Da ist ein Slime. Skelett. Jetzt geht der wieder runter. So, ein Skelett. Da ist ein Slime. Wohl, ich bin zackig kaputt. Monsterjäger. Erfolg erzielt. Von großer Slime. Hier sind zwei mittelgroße Slimes. Und ein Skelett auch noch. Kleine Slimes. Da ist ein Slime. Kann man hier an Slime fahren. Und dann... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...wirr... 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 ...und dann...